Hallo zusammen, ich bin Nora, ich bin eine der neuen Clever-Praktikantinnen bei Biovision. Und ja, warum Nachhaltigkeit, warum Clever? Es hat mich eigentlich schon immer interessiert, die Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Nachhaltige Entwicklung konnte ich dann auch studieren, zusammen mit Umwelt- und Naturwissenschaften, und habe die Thematik immer einfach spannender und besser gefunden. Ich wollte schon von Gymnasien gerne in die Entwicklungsthemen arbeiten. Und habe dann gemerkt, dass es da noch ganz andere Sachen dazu gibt. Und die Arbeit in der Schweiz für mehr nachhaltigen Konsum zu arbeiten, finde ich etwas mega cooles und etwas, das mich mega interessiert. Und bis jetzt geniesse ich meine Zeit schon sehr bei Clever und freue mich auf die weitere Arbeit.